Wir haben von diesen Amerikanern nichts zu befürchten. Wir sind dumme Jungen. Hier! Erste Hilfe für dich! Hast du was da? Ich habe einen umgebracht. Da war links einer. Oh, noch einer! Erwicht. Oh, du bist tot. Da sind wir beide gestorben. Bist du schon wieder tot? Ja. Oh, Panzer. Panzer, ja. Ich bin immer noch da. Sanitäter, da! Oh, scheiße. Tod, der ist rechts. Okay, die haben einen Panzer, dann kommt jetzt der Sturmsoldat. Ähm, ähm, nicht so. Ha, verdammt! Weiß ich, der Sanitäter gesichtet. Frank, ich bin immer noch da. Okay, hab ich da gesehen. What? Eine solche Macht! Die Schmerzen! Woooh! Oh Gott, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Nimm. Friss Schrot, du Wichser. Ohhhhhhh. Wenn ich selber in das Luftschiff einsteigen würde. Nene. Oh, das Luftschiff ist so unfair, das verstellt nur den Bunker. Das stört alles. Ne, da ging das Ding her für die Flugzeuge. Ich glaube, wir haben da hinten ein, zwei Luftabwehrgeschütze, aber sonst... Wir haben aber gar keine Flugzeuge zur Verfügung. Wir haben die Gegend das letzte Mal überhaupt den Finger tötet. Äh, mit Flugzeugen? Ne, wir haben gar keine Flugzeuge. Wir können nicht mal eins wieder ranholen. Kein einziges. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Aufpassen, Maschinengewehr! ... ... ... ... Ja, ich wollte ihn getötet. Da hab ich den Pflanzerei, ich glaub ich muss ihn getötet. Der Pflanzer ist auf mich runtergefallen. Jawoll! Die Panzerbüchse ist richtig geil. Ja! Panzer ist erledigt. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ne, was mich ein bisschen abverkratzt. Ich hab den Typen dreimal getroffen mit einem verdammten Schrotwinder. Der hat noch 15 AP. Ja! Komm, das schaffen wir! Das, was er gesagt hat. Man kann nur spekulieren, was passiert wäre. Wenn das deutsche Heer die Marke schlägt. Gereicht! Ich stehe ja noch 5 Meter vor ihm, aber dann bricht er noch was vor ihm an. Eigentlich schon rüber. Schau mal! Das ist... Oh, geil! Jetzt kann ich... Erstmal in so'n Flugzeug rein. In so'n Luftschiff rein, aber nee. Oh mein Gott. Den machst du tollkühner Pilot. Ist das lustig? Du kannst eine Kampagne gar nicht erst machen. Kill! Die! 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 Das ist echt schwer, sowas zu treffen, ey! Oh Gott. Das ist echt, echt anstrengend. Sag aber vorher Bescheid, wenn du abspringst, ne! Ja, sei es Bescheid! Da sei es Bescheid! stadt ab ja wir haben den jerry wir haben den jerry wir haben den jerry ach ja stimmt ja scheiße aber warum heißt es eigentlich jerry ich kenne nur die bezeichnung kraut ja kraut sind die deutschen luftschiff zu uns noch gott dass das sieht geil aus flieg mal dadurch ob das geht das war das war anders geplant das war genau so geplant ach so ausschuldigung ein Wir verlieren Einsatzzielzeit Vorsicht im Deck sind Leute Wir haben eins auch unterwegs Alter fuck you Einfach mit einem Pferd hier durchreiten Durch die Wände Nein nein ich komme hier nicht raus Alter ich fühle mich hier Das Pferd hier rumzuleiten Es fühlt sich an wie rückwärts einparken mit einem Auto Versuch ich Doch schon Es ist halt nur ein bisschen schwerer Als das normale Fahren Du kannst einparken Es ist einfachste beim Autofahren Nein ich meine so eine enge Parklücke Das ist das halt hier irgendwie Eine enge Parklücke ist schwer Das ist irgendwie genau das gleiche Du versuchst hier einfach irgendwie Durch Es ist sogar Es ist so dämlich hier mit dem Pferd durch Aber Ich meine wenn es funktioniert Es funktioniert ne Es funktioniert ne Es funktioniert ne Aber Ich bin jetzt